einen wunderschönen guten tag meine freunde und zu willkommen zurück zum ls 19 auf der ravenport ja ich habe mich dazu entschlossen zwei folgen aufzunehmen ich wollte eigentlich doch erst eine jetzt mal zwei also machen wir hier weiter wo wir gestern aufgehört haben wir gestern feld 2 zu ende eingesehen ich sollte ein bisschen langsamer und die auffahrt runterfahren dann schmeißen wir jetzt noch kurz dünger drauf eine schnelle nummer ich sprach eben noch in der folge davor also ich sprach in der gestrigen folge für euch ich habe es nicht so mit dieser zeitblase merke ich schon irgendwie dass der moment nicht mehr nach rechts zieht jetzt fängt es gerade wieder an manchmal sollte man den teufel den tag nicht vom abend loben dann rufen wir nämlich den teufel hervor so dann ist der dünger mit sicherheit auch bald durch hälfte ist jetzt schon gut der war auch nicht 100 prozent voll da ist 200 liter fehlten 3000 haben wir reingemacht ja müssen wir uns auch noch kümmern also haben wir noch einiges zu tun während die felder jetzt am wachsen sind ich habe eben wo ich auf pause im pause menü war habe ich gesehen wiese 1 muss halt tatsächlich doch noch gepflügt werden anschließend also einfach von der feldbeschaffenheit der oder ob es jetzt von der wiese kommt das kann natürlich auch sein es muss auf jeden fall definitiv gepflügt werden anschließend da haben wir was vor uns wobei ich denke ich denke dass das nicht so lange dauern sollte das werden wir auch das werde ich auch anfangen und sollte es nicht in einer folge fertig werden dann bleibt wahrscheinlich auch nicht allzu viel offen das mache ich dann halt auch wieder auf screen bis ich bis ich mich mit dem zeitraffer auseinandersetzen konnte ich habe da leider noch keine zeit für gefunden und würde ich tatsächlich immer was im zeitraffer zeigen langwieriger arbeiten was ja tatsächlich eigentlich wirklich nur flügen ist alles andere geht ja relativ schnell im moment noch es sei denn wir kaufen uns fällt acht dann wird es wahrscheinlich nicht mehr schnell gehen mit unser repertoire an maschinen da dürfte auch das düngen ein paar minuten länger dauern ja dann schauen wir da gleich mal was wir uns an gerät holen für die wiese zum bearbeiten vielleicht können wir das ja diese folge schon mal aus loken loken aussuchen was wir uns mieten werden sollte relativ günstig sein sollte aber auch schnell gehen wobei ich glaube halt ja mehwerk die haben die haben schon so um die neun meter mit neun meter kommen wir da glaube ich recht schnell durch da müssen wir halt ja eigentlich nur schwaden wobei ich gucke vorher noch mal gleich ob die schafe heu oder gras brauchen oder ob es weiterhin egal ist 17er war es ja egal da waren sie mit weiben zufrieden hier muss ich gleich mal lang wobei auch egal schwamm drüber wenn ich jetzt noch mal abkomme dann nicht mehr weil dann ist es schon wieder so viel dass es mich nervt könnte man ja eigentlich jetzt überlegt man könnte ja eigentlich sogar versuchen meine traktor der john deere der dürfte theoretisch starken sein mit 300 und irgendwas ps mehr werk vorne dran schwader hinten rund und los geht's versuch wäre das doch eigentlich mal wert dann brauchen wir nicht zweimal fahren müssen wir das halt nur auf die breiten abstimmen auf die arbeitsbreiten aber das hilft ja eigentlich gar kein problem sein selbst wenn der schwader dann halt letzten endes ein bisschen größer ist wird da ja auch nichts passieren das gucken wir uns jetzt gleich in ruhe an wir sind hier jetzt ja jeden moment fertig das letzte bahn dann fahren wir auf den hof und gucken uns mal im katalog an was wir uns für geräte mieten so ich bin mal gespannt ich kann es jetzt leider noch nicht beurteilen wenn die videos dann hochgeladen sind auf youtube die beiden also das von gestern und von heute ich habe noch mal ein bisschen ja die bitrate hochgeschraubt von dem wie ich aufnehme juckt mein pc im moment immer noch nicht wirklich ich bin mal gespannt ob sich das schon bemerkbar macht also in dem video wie es mir gerade angeschaut habe von das was ihr gestern gesehen habt das sah schon nahezu jetzt eigentlich so aus wie ich es hier selber zocke gut klar beim rendern werde ich wieder ein bisschen was verlieren weil das video sonst extrem groß wird aber je besser die qualität ist die man zum rendern reingibt umso besser kommt es halt auch quasi wieder raus wenn ich dann sage ich will davon ja gut lassen wir das sein aber beim rendern verliere ich ein bisschen was und beim youtube bei youtube selbst wahrscheinlich auch hätte ich eine bessere leitung mit mehr upload würde ich auch die videos noch mal ein bisschen größer ändern können aber mit einem zehntausende upload und youtube spinnt im moment ein bisschen rum was das hochladen angeht brauche ich halt für ein video moment über eine stunde also das ging schon mal ein bisschen schneller und da ich ja halt ja ob es wenn ich wenn ich eigentlich müsste jetzt mal so planen dass ich videos in aller ruhe hochladen kann was weiß ich finde so ein video statt 6 einfach mal 10 gb hat dass sie dann wenigstens fertig sind wenn ich dann mal wieder streamen will wobei dann ist halt nichts mehr mit spontan streamen wenn ich mal bock habe das ist dann natürlich der nachteil also ich muss muss man mal überlegen wie ich das vielleicht noch hin hin bekomme videos noch besser zu machen und trotzdem so flexibel zu bleiben wie ich jetzt bin so meh technik wir gucken mal das ist ja das altbekannte standard zeug da ist pettinger auf jeden fall günstiger lally ist aber größer dann 9 meter zu 8 meter 40 das macht den kur jetzt auch nicht fett die kann ich wenigstens zusammenkoppeln das macht das lally glaube ich nicht so ach so man kann da noch das gewicht dran hängen wozu kann man da jetzt vorne noch ein gewicht dran hängen was was macht das für einen sinn das verstehe ich gerade nicht so ganz okay was würde das in der miete kosten 2100 2100 ja gut wir werden es nicht lange brauchen das sind also die preise können wir direkt übernehmen sind etwas über drei für das mehwerk dann brauchen wir ein schwader dann brauchen wir ein schwader noch mal 1000 sind wir bei 4000 und ja dann ist die frage eine ballenpresse rund ballen quader ballen die billigste quader ballen wäre müssten sie auch noch aufsammeln das würde ich dann tatsächlich einmal hier mit machen den anhänger den würde ich ich habe den mal in einem video schon mal gesehen also in einem real video den möchte ich noch gerne ausprobieren da bin ich mal gespannt der ist bestimmt mega cool ich stehe aber leider nicht wie viele ballen der laden kann bei anderen beladung links beladung rechts den muss ich mir nochmal in aller ruhe angucken ähm gut das ist auch ein cooles ding ich glaube da kann man drei ballen mitte ne 2 nur mit dem sogar nur 2 da habe ich auch schon krasse videos gesehen für solche teile aber wollen wir nicht drüber reden quader ballenpresse das wäre die günstigste hier die kostet dann nochmal 4 wenn wir bei na sagen wir mal knapp 10.000 boah schon viel knapp 10.000 nur um eben einmal die wiese zu mähen und die könnte die könnte sogar gleich wickeln ich könnte sogar gleich wickeln ein ballenwickler verpackt ja das müssen wir auf jeden fall ausschalten dann wenn dann will ich sie ja nicht wickeln interessanterweise warum aber ist die so billig und die so teuer und die kann nicht wickeln ach das sind rund ballen alles klar dann die haben tatsächlich nur diese drei bei das sind fünf also sind wir jetzt wirklich bei 10.000 um einmal die wiese abzumähen das ist das müssen wir uns dann doch nochmal überlegen ich weiß nicht ob das jetzt so schlau ist 10.000 für mietfahrzeuge auszugeben damit wir die wiese da einmal gemäht bekommen dann müssen wir mal eben gucken was kostet der schafstall tierhaltung also eine hühnerstelle ist wirklich nicht teuer pferde schwein große schafweide die ist schon teuer ok die brauchen wasser stroh oder gras ist immer noch egal gut kosten sie auch noch unterhalt das ist schon teuer gehen 250 schafe rein jetzt muss man halt tatsächlich nur überlegen wie ja ich fände es ja lustig wenn man erstmal den klein baut und sagt irgendwann später mal ja jetzt können wir eine neue schafweide bauen dann müsste man die aber halt woanders platzieren und alle schafe da rüberkarren damit man den kleinen abreißen kann und hätte dann da im grunde platz für neue tiere ich glaube so würden wir das machen weil ich 180 ausgeben dann können wir uns auch keine schafe mehr leisten also dann wir werden dann schon wird dann schon knapp mit dem geld mit unseren 250.000 zumal wir auch noch eine menge an naja gut ok kalk brauchen wir erstmal nicht aber hm ja aber ich glaube dann dann machen wir das einfach in der hoffnung dass die schafe was bringt denn wolle was ist denn da der wolle preis im moment ist jetzt auch nicht so krass ne für 1000 liter und so schnell sind die jetzt auch nicht am produzieren das war mal besser im LS 17 hm ok aber das können wir machen wir müssen nur mal gucken jetzt auf der karte wo ja wir bräuchten theoretisch auch wieder ein Grundstück um Tiere zu platzieren vielleicht hier vorne was hin ja wir laufen da mal eben drüber das kriegen wir noch hin und guck mal was da vorne auf der ecke am platz ist vielleicht kann man da tatsächlich die schafe platzieren erst mal wobei ich die dann nach dem mähen platzieren würde weil im Grunde würde ich da einmal komplett die ganze ecke weg mähen das ist jetzt ja nicht nur Feld 1 was ich mähe sondern wenn dann direkt hier Kante Feld 2 an und dann alles was da wies ist einmal wegrotzen gehört ja alles mir hier so das ist schon das Feld ja hier steht auch muss geflügt werden gedüngt ist es auch erst nur einmal so ähm Feld Kante sieht man den Unterschied ja oh ja hier ist aber doch hier ist ordentlich Platz hier kann man eine Weide hinstellen das machen wir auch das machen wir tatsächlich auch gut ja dann würde ich sagen der Plan steht wir mieten zwar die dann diese teuren Geräte um das hier einmal alles platt zu machen aber dann haben wir auf jeden Fall erstmal Gras am Start würde ich sagen das ist der Plan für die nächste Folge so machen wir das ich bedanke mich wieder ganz herzlich dass ihr dabei gewesen seid und eingeschaltet habt seid fleißig in den Kommentaren unterwegs und wenn ihr mich unterstützen wollt lasst doch gerne ein Däumchen da ein kostenloses Abo und aktiviert die Glocke um auf dem Laufenden zu bleiben ich freue mich auf die nächste Folge hoffe ihr seid auch dann wieder dabei und sage reingehauen bis morgen